so hallo freunde herzlich willkommen zu einem sehr spontanen video auch aus der arbeit ich möchte euch nur die neuesten infos weitergeben und zwar wird es jetzt so sein dass kein abbrennverbot in deutschland herrschen wird also wir dürfen unser feuerwerk abbrennen wenn wir noch reste haben es ist so dass zum beispiel auch in niedersachsen wurde ja jetzt das abbrennverbot gekippt also zünden ist erlaubt außerdem könnt ihr weiterhin f1 t1 und p1 bestellen das ist auch möglich und darf natürlich dann auch abgebrannt werden allerdings muss ich euch jetzt leider enttäuschen es wird leider so sein dass ein eben auch ein verkaufsverbot herrscht was bedeutet dass die bestellungen leider dieses jahr wenn ihr keinen 7 27er schein oder einen gewerbischen habt werdet ihr eure bestellungen leider nicht bekommen wenn ihr f2 bestellt habt also empfehle ich euch jetzt und lege es lege es euch dringend ans herz kauft f1 t1 und p1 und das werdet ihr bekommen das dürft ihr auch abbrennen aber alles andere ja also f2 wird leider nicht möglich sein ja soweit so gut also silvester wird dieses jahr ein sehr komisches silvester leider aber ein abbrennverbot wird nicht stattfinden feuerwerk darf abgebrannt werden wenn ihr noch reste habt dann könnt ihr diese auch zünden oder halt wie gesagt f1 t1 und p1 halt eben bestellen und dann auch abbrennen ja das sind jetzt die neuesten news und ich wünsche euch noch einen schönen tag und man sieht sich zum nächsten video haut rein